Hey, hast du schon von unserer cool Juni-Aktion gehört? Im Zusammenhang mit unseren neuen Kreditkarten der Viseca gibt es für alle unsere Kundinnen und Kunden, die frisch eine Kreditkarte machen oder von der Silbrig auf Goldkarte wechseln, die ganze erste Jahresgebühr geschenkt. Somit sparst du 100 Franken bei deiner Silberkarte und sogar 200 Franken bei deiner Goldkarte. Ausserdem gibt es zusätzlich ein RFID-Portmonet geschenkt. So sind eure Karten auch noch richtig versorgt und auch zusätzlich geschützt. Das ist aber noch lange nicht alles. Unsere neuen Kreditkarten haben noch einiges anderes zu bieten. Zählst du z.B. deine Reise mit einer unserer Kreditkarten, ist automatische Gepäckverspätungsversicherung oder eine Reiseannulationsversicherung inbegriffen. So bist du bei deinem nächsten Abenteuer direkt abgesichert. Weiter kannst du im Notfall auch von einer Einkaufsversicherung Gebrauch machen. Geht ihr also z.B. dein Handy nach dem Kauf an Boden und ist beschädigt, ist es bis zu 1'000 Franken versichert. Das war nur ein Verbruchteil der Vorteile. Also wie du hörst, kann man nur profitieren. Übrigens, hast du gewusst? Die Goldkarte ist zwar erst ab 25 erhältlich, der VÖ ist die selbe Kreditkarte für alle Meinungskundinnen und Kunden bis 25 das ganze Jahr gratis. Also auf was wartest? Die Aktion gilt nur im Juni. Lass dir ein Angebot nicht entgehen und kontaktiere uns, um deine neue Kreditkarte oder Switch zu beantragen. $0. Das war da. Das war der Z. $5. $5. $5. $6. $3.